Mahlzeit, ihr Schlingel, und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Ark Survival Evolved. Ich bin ein bisschen auf der Map unterwegs mit meinem Adler und wollte mal sehen, ob ich noch eine andere Base finde. Und genau die habe ich natürlich auch gefunden. Wir sind hier gerade bei meiner alten Insel, wo ich am Anfang gebaut habe. Die hatte ich ja wieder freigegeben, die wollten sich ja ein paar Jungs unter den Nagel reißen. Am Ende ist es jetzt die Special Dino Force Generation geworden. Die hat sich diese Insel hier geschnappt. Und ihr seht gerade, Ark sieht bei mir ziemlich anders aus, weil ich euch mal was zeigen wollte. Die meisten haben ja, oder was heißt, die meisten, fast alle sagen ja, dass Ark unglaubliche Performance-Probleme hat. Das ist auch wirklich so, man hat jede Menge FPS-Einbußen, weil die Performance einfach noch nicht richtig bearbeitet wird. Normal sollte Ark DirectX 12 auch unterstützen, schon seit ein paar Monaten, das kam auch noch nicht rein. Jetzt hat Wildcard getwittert vor ein paar Tagen, dass die Unterstützung mit DirectX 12 spätestens mit Release erst kommt. Oder dass sie erst die letzten drei Monate vor Release überhaupt anfangen, daran zu arbeiten. Deswegen kann man das getrost vergessen. Und man kann in den Startoptionen von Ark, bevor man das Spiel startet, kann man drei Startoptionen festlegen. Dann wird dieses Spiel auf, es läuft ja gerade auf, Ark läuft jetzt auf DirectX 11. So. Mit diesen drei Startoptionen kann man festlegen, dass das Spiel runtergepatcht wird auf DirectX 10. Also, dass es mit einem älteren Grafikkartentreiber läuft. Und, äh, dass zum Beispiel die Himmelseffekte, äh, die Wettereffekte ausgeschaltet werden, die noch überhaupt nicht vorhanden sind. Also, die sind noch gar nicht in das Spiel implementiert, deswegen kann man die auch abschalten. Das frisst nur Ressourcen umsonst. Und halt eben, äh, dass die Wolken abgeschaltet werden, was jetzt nicht gerade unbedingt schlimm ist. Das Spiel sieht natürlich jetzt anders aus. Klar, mit DirectX 11 und wenn man's hochpusht, das Spiel, sieht es natürlich wirklich schön aus. Das ist klar. Nur, was hab ich davon, wenn ein Spiel gut aussieht, aber es läuft einfach nicht vernünftig. Und ihr seht's ja jetzt gerade selber, das Spiel läuft viel, viel flüssiger. Online läuft es ja sonst sowieso langsamer. Ist ja klar, weil's eben halt auf dem Server ist, der wirklich komplett berechnet werden muss. Lokal läuft's natürlich immer recht flüssig. Oder mega flüssig, weil da halt eben nichts neu berechnet werden muss. Aber ihr seht selber, es läuft wirklich richtig klasse. Und mich würde's mal interessieren, stört euch die Grafik jetzt? Oder findet ihr, boah, Grafik ist doch immer noch vollkommen okay. Und außerdem, dafür läuft es jetzt einfach richtig flüssig. Grafik ist nun mal nicht immer alles. Oder sagt ihr, oh nee, komm, das sieht ja total grotte aus. Das sieht aus wie ein Spiel vor fünf Jahren. Gefällt mir gar nicht. Schraub das mal wieder hoch. Das kann man sich ja nicht mit angucken. Würde mich wirklich mal interessieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich stört's jetzt nicht so sehr. Ich find's eigentlich immer noch vollkommen in Ordnung. Natürlich, das Wasser ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich find's jetzt nicht lebensbedrohlich. Also ich kann damit leben. Aber schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Und bevor ich jetzt hier weiter wegen der Grafik quatsche, ich werd euch die Commands auch einfach mal unten in die Videobeschreibung schreiben, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Und ja, jetzt werden wir uns erstmal angucken, was hier auf der Insel überhaupt passiert ist. Weil da bin ich echt schon gespannt. So, wir sind hier also bei der Special Dino Force. Ah, sie haben auch schon mit den neuen Green Force, ach, Green Force, mit den Greenhouse-Strukturen gearbeitet. Da haben auch schon ein Gewächshaus. Sieht cool aus. Und irgendwie baut es wirklich jeder so. Das ist wirklich, jeder baut dieses Gewächshaus irgendwie so. Ich weiß nicht, warum. Auf jeden Fall haben sie jede Menge Dinos hier stehen. Was hier jetzt ist, ähm, ja. Ich denke mal, das wird irgendwie ein Zuchthaus sein. Denke ich mir jetzt ganz einfach mal. Das ist mit der Wasserleitung haben sie gut gemacht. Nicht schlecht. Was hier jetzt ist, kann ich so nicht sagen. Ob das jetzt irgendwie ein Haus ist, wo sie sich ausloggen, keine Ahnung. Und hier haben wir natürlich so einen riesen Mega-Palast. Wo man normalerweise erst denken würde, da wäre jetzt irgendwie, ähm, ja, diese Treppen funktionieren auch nicht immer so, wie sie sollten. Das merkt man. Wo man sich jetzt erst denken würde, da wird irgendwie eine Base oder so drin sein. Dem ist aber gar nicht so. Oh, Vorsicht. Weil sie haben die Tür hier offen gelassen. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich da jetzt einfach mal reingehe, weil man sieht so nichts Besonderes. Hier stehen einfach wirklich nur so die großen Flugsaurier drin. Das ist das Tor, was ihr gerade von außen gesehen habt. Ist also, hier ist so wirklich nichts drin. Ich glaube, die bauen aber auch noch. Das wird noch erweitert. Gehen wir einfach mal hier hoch. So. Ihr seht, dass hier oben steht auch noch ein großer Quetz. Hier ist noch ein Tor. Können wir natürlich jetzt leider nicht rein. Ist aber auch vollkommen okay. Die Leute sollen es ja auch wirklich dicht machen, dass nicht jeder überall rumlaufen kann. Was mich jetzt natürlich interessieren würde, ist, wie es jetzt in der Höhle aussieht. Aber ich glaube, in die Höhle kommen wir nicht rein. Wir können gerne mal gucken. Aber ich glaube mal, das wird zu sein. Da werden wir nicht gucken können. Würde mich aber trotzdem interessieren. Ne, lasst ihr mich da durch. Also ich muss ganz wirklich sagen, von den FPS her läuft es mal richtig geil. Richtig schön flüssig, so wie es auch sein soll. Rennen wir einfach mal hier runter. Geht das? Ihr habt ganz schön viele Quetzalz. Mein Gott, was habt ihr vor? So, wie es hier natürlich drin aussieht, kann man jetzt leider nicht sagen. Und hoffentlich habe ich mich jetzt hier nicht festgebackt. Oh nein, ich habe mich festgebackt. Nicht dein Ernst, ne? Ähm, ja. Setz, äh, scheiße würde ich sagen. Äh, oh man. Ja. Sehr gut. Ähm, ich mache mal kurz einen kleinen Cut und versuche mich hier irgendwie wieder rauszufinden. Und ich meine, eh gleich wieder. Bis gleich. Boah, so, da bin ich wieder. Ich habe es doch noch rausgekriegt. Ich wusste jetzt nicht, wie lange es dauern wird. Ich bin einfach mal ein bisschen rumgesprungen. Irgendwann hat er dann doch angefangen. Boah, das war knapp. Ich dachte schon, ich verrecke jetzt hier drin. Auch nicht schlecht. Ja, aber das würde mich wirklich eigentlich interessieren, wie es da drin jetzt aussieht. Aber man kommt leider nicht rein. Weil ihr wisst ja, die Höhle ist ja wirklich ziemlich groß gewesen innen drin. Aber wie gesagt, man kommt leider nicht rein. Ich hätte es echt gerne gesehen. Vielleicht lassen mich die Jungs ja irgendwann mal da rein und zeigen uns mal, wie es da drin aussieht. Aber ich finde, sie haben die Insel wirklich schon richtig gut benutzt. Boah, und ich muss wirklich sagen, das läuft wirklich viel flüssiger. Die Dinos bewegen sich auch viel flüssiger. Echt nice. Kann man wirklich nichts gegen sagen. Richtig klasse. Es bewegt sich auch alles viel flüssiger. Die ganzen Büsche und alles mit dem Wind. Echt nicht schlecht. Oh, hier haben wir auch noch was. Nicht schlecht. Nutzen die Insel auf jeden Fall optimal aus. Ich denke mal, hier wird bestimmt noch mehr hinkommen. Aber sonst noch irgendwas? Ich fand es eigentlich recht schade, dass ich auf dieser Insel nicht weitergebaut habe. Aber ich bin alleine gewesen. Die anderen wollten nicht. Und was soll ich mich da alleine abquälen? Da hätte ich auch nichts von gehabt. Und hier sind sie auch noch dran. Sieht auf jeden Fall richtig krass aus, Jungs. Bin echt gespannt, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Gibt es hier auch noch was? Oh, wow. Was ist das? Das passiert. Ja, auf jeden Fall richtig geil. Echt nicht schlecht. Gefällt mir. Haben sie wirklich gut gemacht. Mich würde es jetzt natürlich auch noch interessieren, wie sieht es jetzt eigentlich unter Wasser aus? Weil das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Nur einfach mal. Ja, gut. Man kann natürlich jetzt nicht so viel sehen. Das war natürlich bei DirectX 11 anders gewesen. Da konnte man ein bisschen weiter gucken. Aber mein Gott, was soll's. Man ist ja jetzt kein Hauptschwimmer. Einen ganzen Tag nur am Schwimmen ist. Deswegen ist mir das auch egal. Aber eure Meinung dazu würde mich wirklich brennend interessieren. Findet ihr das so besser? Oder findet ihr, macht lieber wieder auf die normalen Grafikeinstellungen. Dann ruckelt es halt eben manchmal. Was soll's. Würde mich wirklich brennend interessieren. Jetzt muss ich erst mal gucken. Oh, da kommt gerade ein Beacon runter. Und die haben übelst gelevelte Dinos. Ganz ehrlich. 296. Leck mich am Arsch. Adler ist auch nice. Guck mal, wie lange braucht der denn noch, bis der hier unten ist? Der ist, glaube ich, noch ziemlich weit. Naja, was soll's. Lassen wir da einfach mal. Sehen wir uns das Ganze nochmal von oben an. Ich muss ganz ehrlich sagen, grafiktechnisch finde ich es immer noch vollkommen okay. Es sieht immer noch gut aus. Es wirkt nicht mehr so echt wie sonst. Also bei der normalen, bei DirectX 11 sieht das alles so ein bisschen realistischer aus. Das sieht jetzt so ein bisschen mehr, ja. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das hört sich immer so dämlich an. Das sieht jetzt so ein bisschen mehr nach Spiel aus. Aber das finde ich jetzt mal überhaupt nicht schlimm. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Und wenn ich eure Base auch mal zeigen soll, dann ist das überhaupt kein Thema. Dann schreibt mir das einfach in die Kommentare. Dann sollte das überhaupt kein Ding sein. Schreibt mir das einfach in die Kommentare. Schreibt mir eure Koordinaten auch mit in die Kommentare. Weil sonst habe ich da nichts von. Ich will euch ja nicht immer suchen. Das habe ich jetzt hier eigentlich nur durch Zufall gefunden, weil ich mal wieder nach der Insel gucken wollte. Und dann würde ich mal sagen, danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal, Ark Survival Evolve, wieder. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.